moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch die ehrenloseste kampflinden klasse überhaupt zeigen die macht wirklich immer one shot leute sogar aus großer entfernung tötet sie die gegner mit nur einem schuss falls ihr in lobbies kommt wo viele mit shotgun spielen dann könnt ihr um die leute abzufackeln dann einfach selbst diese klasse hier zusammenbauen um den spieß dann einfach mal umzudrehen ich würde euch auf jeden fall empfehlen euch das gameplay anzuschauen ich packe jetzt ein ungeschnittenes gameplay rein und am ende habe ich noch ein paar ausschnitte mit der waffe also schaut es euch an dann seht ihr wie krass diese waffe wirklich ist leute und leute schreibt mir mal in die kommentare wie ihr diese klasse findet und ob sie wirklich so krass ist oder ob ich es mir einfach nur ein bildet aber ich finde wirklich das ist die ekelhafteste klasse die man sich einfach nur zusammenstellen kann ansonsten viel spaß mit dem gameplay und also so 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020